Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Sepp dabei. Sepp! Und wir fahren jetzt ein bisschen am Bikepark in Metderbach. Es sind hier so ein paar Rampen und ja, ich glaube wir machen ein paar Fails. Und bis gleich. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Ich habe die Fresse! Auf 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 die Fresse! Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Leute das war es jetzt mit dem Video und es ist scheiße kalt und Sepp holt gerade unseren Rucksack. Servus bis zum nächsten Mal.